Ey, ihr Weiber da unten, jetzt arbeitet doch mal vernünftig, wie soll ich denn als weißer Mann meine Privilegien genießen? Glück gehabt. Jo, Freunde der Zwangsgebühren, wisst ihr, was ich mir wirklich wünsche? Eine Steuer, die aber nicht so genannt wird, womit die öffentlich-rechtlichen Sender bezahlt werden. Und diese Sender haben eigentlich Vorgaben, woran sie sich zu halten haben, zum Beispiel einen Bildungsauftrag. Aber wisst ihr was? Die halten sich halt einfach gar nicht dran. Ach, wär das toll. Ach, das haben wir schon in Deutschland? Ja, ist ja heftig, dann nehme ich das doch einfach mal. Steuerung F ist ein Funkkanal und der macht so kleinere Dokumentationen über alle möglichen Themen. Und einige spannende Sachen wurden da tatsächlich auch schon besprochen. Zum Beispiel haben sie so ein... Ich würde doch sagen, Steuerung F schaue ich mir echt gerne an. Es ist ein Kanal, das ist relativ interessant. Ich finde die Reportagen dort ganz cool und kann man sich eigentlich weniger beschweren. Ich bin jetzt gespannt, was so gesagt wird. Aber anscheinend gibt es da eine Gender-Reportage. Ein bisschen aufgedeckt, wie Joko und Klaas ihre Sendung, naja, ein bisschen spannender gestalten, als es in Wirklichkeit passiert ist. Außerdem haben sie zum Beispiel auch ein Video gemacht, wo sie diese Leute von Komm in die WhatsApp-Gruppe! gezeigt haben und wie das Ganze funktioniert. Jetzt haben sie ein Video hochgeladen, wo es um den Gender-Data-Gap geht. Das bedeutet, dass Frauen in... Alter, Alter, was? Warten wir mal ganz kurz. Jetzt haben sie ein Video hochgeladen, wo es um den Gender... 30% positiv. Warte mal, 30% positiv. Alter, wie krass haben die da bitte reingeschissen? Gender-Data-Gap. Warum die Welt für Männer berechnet ist. Hä? Hä? Das bedeutet, dass Frauen in einigen Bereichen des Lebens benachteiligt werden, weil die gesammelten Daten lediglich von Männern stammen und Frauen somit natürlich einfach rausfallen. Boah, bist du depressiv. Richtig zudecken kommen oder was? Dass sowas bei Funk normalerweise nicht so ganz objektiv behandelt wird, das haben wir ja schon öfters mitbekommen. Und hier ist es traurigerweise genau das Gleiche. Und deswegen schauen wir da doch einfach mal rein. Autos tatsächlich hauptsächlich an Crash-Test-Dummys getestet werden, die den Durchschnittsmann darstellen, also von Größe und Gewicht. Und Frauen, ja, kommen da so gut wie gar nicht vor. Der erste Punkt, welchen sie in diesem Video ansprechen, sind die Autos. Dadurch, dass die Autos wohl nur mit einem männlichen Crash-Test-Dummy getestet werden, sind Frauen im Auto deutlich unsicherer unterwegs, da sie natürlich einen etwas anderen Körperaufbau haben und im Durchschnitt natürlich kleiner sind. Und ja, in dieser Aussage haben sie am Anfang erstmal sogar recht. Früher wurden Autos lediglich mit einem 175cm Crash-Test-Dummy getestet, der männlich war. Allerdings ist das heute eigentlich nicht mehr so. Vor allem wäre... Zumal ich sagen muss, 175cm finde ich ist ja noch relativ durchschnittlich, keine Ahnung. Es gibt viele große, viele kleine Menschen. Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt ist von der Größe her. Keine Ahnung, also ich bin ja 1,83 groß, ich würde es ein bisschen nach oben treiben, aber ich weiß nicht, wie es da generell aussieht. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, so 1,70 oder so. Es wäre hier auch spannend gewesen, einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn die Männer außerhalb des Durchschnitts sind? Zum Beispiel 1,50 oder kleiner wie Mr. Trashpack oder halt 1,90 oder 2 Meter. Die müssten doch eigentlich auch ziemlich unsicher unterwegs sein, oder nicht? Denn hier fällt man natürlich dann auch automatisch aus dem Durchschnitt und lebt ja dann auch eigentlich gefährlicher, oder nicht? Sowas könnte man zum Beispiel auch einfach mal nachrecherchieren, aber dann kann man ja nicht nur Frauen in die Opferrolle stellen. Ein Grund, warum das Ganze so gemacht worden ist, ist übrigens, weil Männer viel häufiger im Auto unterwegs waren als Frauen. Das ist übrigens selbst heute noch so. Der freie Markt orientiert sich natürlich immer an der Zielgruppe, die vorhanden ist und von daher hat man das halt eher an Männer getestet. Allerdings ist das heutzutage tatsächlich nicht mehr so, denn in der Dokumentation haben sie selber bei einigen Herstellern nachgefragt. Die haben uns eigentlich alle geantwortet, dass sie diese drei Dummies verwenden. Die größten Automobilhersteller in Deutschland sagen also allesamt, dass sie drei verschiedene Dummies zu Testzwecken benutzen. So, also ich muss erstmal sagen, zu dieser ganzen Gender-Thematik, das ist ja wieder was, das ist ja wieder das Perfekte für irgendwelchen Feministen-Zeug. Ey, ich bin ganz ehrlich, die juckt mich den Scheiß, Mann. Was mich am meisten ankotzt, ist eigentlich immer, wenn gesagt wird, ähm, ja, irgendwelche Berufe. Äh, oder, ja, was weiß ich, also bei uns ist es immer so, ja, liebe Erzieher, Erzieherinnen, liebe Mechaniker und Mechanikerinnen, es juckt doch niemand. Sagt doch einfach direkt Mechaniker. Das kostet mich immer am meisten an. So, das betrifft mich mit am meisten, weil ich mir so denke, lass das einfach raus, wir wissen doch alle, was gemeint ist. Und da ist auch ein Weiblicher dabei. Das heißt, dieser ganze Punkt zählt eigentlich fast schon wie... Kinder und Kinderinnen. Jeder nicht, weil sich die ganzen Automobilhersteller sich hier umorientiert haben und jetzt auch was für die Frauen tun, die Autofahren. Also die zwei, die noch keinen Umfall gebaut haben bisher. Sie haben das Problem erkannt und offensichtlich etwas dagegen getan. Deswegen verstehe ich nicht, warum das in diesem Video halt einen vier Minuten lang Part eingenommen hat, um ehrlich zu sein. Vor allem auch sehr nice sind halt solche Aussagen hier. Hoffen wir jetzt mal, dass wir diese Fahrt überlegen. Also, übrigens, ich hab wirklich, also, ich hab manchmal das Gefühl, dass ich mich mit Tim halt auch direkt abspreche. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Aber die letzten Streams, Realtalk, gehe ich online und Tim geht direkt online. Oder andersrum, Tim geht online und ich gehe online. Ohne, dass wir es abgesprochen haben. Das ist mal wieder perfekt. Vor allem, sag ich noch das letzte Mal, ja, also das ist vielleicht nicht ganz so günstig. Vor allem für meine Partnerschaft ist das nicht gerade sehr günstig. Ich glaube, ich wäre, jetzt mal Realtalk, ich glaube, ich wäre nicht Partner. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich Partner werde. So wäre das nicht. Wird schwierig. Smiley-Typ, ich grüße dich auch noch natürlich. Na, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, stimmt. Frauen müssen ja generell Angst haben, wenn sie ins Auto steigen, dass sie direkt sterben. Macht den Talkspieler keine Ahnung. Sehr gut, dass das in einer objektiven Dokumentation so rübergebracht wird. Ach, ich zahle Funkgebühren einfach so gerne. Eine Sache, die ich ebenfalls nicht verstehe, ist folgende. Ich würde gerne ein bisschen höher. Sieht man natürlich, ich sitze hier direkt vorm Lenkrad, aber ich kriege es halt nicht weiter von mir weg. Okay, du passt nicht ins Auto, aber was genau möchtest du uns jetzt eigentlich damit sagen? Willst du jetzt grundsätzlich sagen, dass Frauen einfach generell in keine Autos passen, weil sie einfach grundsätzlich zu klein sind? Dann wäre doch aber mal die Gegenfrage, wie sieht das in anderen Modellen aus? Ist das grundsätzlich ein Problem oder ist das vielleicht nur bei einem bestimmten Hersteller der Fall? Dann sollte man gucken, wie ist das eigentlich bei den Männern? Ich meine, da gibt es auch welche, die wie gesagt 1,90 oder 2 Meter oder noch größer sind. Passen die denn in so ein Auto oder sind die schon wieder zu groß? Aber die viel wichtigere Frage ist, du hast dir also ein Auto gekauft, was du vorher nicht mal getestet hast oder was? Du hast dich nie reingesetzt und zu gucken, ob du reinpasst, sondern du hast es einfach mal mitgenommen. Willst du uns eigentlich komplett verarschen oder was? Jetzt kommen wir noch zu anderen Punkten, beispielsweise... Der Stuhl an Männermaße angepasst. Das doofe an Bürostuhlen ist ja einfach wirklich, dass die Höhe und die Rückenlehne sich auch nie einstellen lassen. Gab es sowas schon mal? Habe ich persönlich jetzt noch nie mitbekommen, um ehrlich zu sein. Aktuelle Smartphones passen genau in die Männerhand. Achso. Also ich habe eigentlich mal, ich habe eine ganz geile Überlegung und ich weiß nicht, ob ihr auch darauf Bock habt, aber wie fändet ihr es, wenn wir gemeinsam, also ihr gebt mir auch noch Tipps und ich mache das natürlich genauso mit, wenn wir zusammen wie ein Video machen. Liegt jetzt nicht so, dass ich jetzt noch vor der Kamera irgendwas spreche, sondern dass wir die Recherche einfach zusammen betreiben. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr vielleicht was habt und sagt, yo, da könnten wir auf jeden Fall was machen, dass wir halt so zusammen einfach den Kanal beleuchten, einfach noch ein bisschen recherchieren. Ich denke, das ist halt auch was, da könnt ihr genauso mitmachen und... Ja, und dann wird das, glaube ich. Vielleicht so ein Exposed-Video mit euch machen. Ihr habt Bock drauf, oder wie? Na komm, dann machen wir das einfach. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich denke, das ist so eine Aktion, das ist auch was einzigartiges. Ich glaube, das hatte jetzt auch noch niemand weitergemacht. Zumindest auf die Art und Weise. Peter München, ich grüße dich. Ja komm, dann machen wir das einfach, oder? Ich habe gerade keinen Bock auf Reaction, weißt du? Also beziehungsweise auf so eine Reaction. Zum Beispiel, ich habe das Thema gerade gar nicht so spannend, weil Gender, ich muss gerade ehrlich sagen, die ist ja scheiße, die regt mich eh nur auf. Und dann geht's.